Schön, dass du da bist. Geldseminar BASIC. Eine Urkunde. Ich habe zu danken. Was hat es dir gebracht? Ja, wieder der Beweis, wenn man dran bleibt, dann kriegt man gute Einstellungen, man hat einen echten Fokus. Ich werde das Zweite unbedingt machen wollen müssen, ganz gerne. Und ich habe einfach mein Ziel und somit erreiche ich es auch. Dankeschön.